Diese weite, grüne Erde, das reiche, schöne Wasser. Die grandiose Natur sorgt immer noch für ihre Kinder. Ist das der Engel, der vom dämmenden Himmel hinunterflog? Ist das der Teufel, der aus der Felsspalte heraus kroch? Tränen, Ärger, Mitleid, Grausamkeit, Frieden, Chaos, Glaube, Verrat. Wir werden gegen unser Schicksal ankämpfen. Wir dürfen uns nicht in unser Schicksal ergeben. Wir werden gegen unser Schicksal ankämpfen. Untertitelung des ZDF, 2020